Glück auf Schatz aus dem Schachter, willkommen zu einem weiteren Live Gameplay von Black Imes. Ja Leute, wie gesagt, heute mal wieder live, hat echt mal wieder Bock drauf, obwohl ich eigentlich, keine Ahnung, 10 Versuche hatte, um eine Lobby zu finden und nichts gefunden habe, also die Verbindung ist momentan so richtig scheiße, kann aber auch vielleicht daran liegen, dass einige auf der Gamescom sind und dann auch weniger spielen und so weiter und so fort, aber wir gucken einfach mal, was wir hier reißen können. Der Anfang ist schon mal nicht wirklich gut. What the fuck? Oh mein Gott. Das wär's gewesen, Leute. Sind auch noch alle richtig schön in einer Reihe gelaufen. Aber irgendwie muss ich jetzt mal warm werden, meine erste Runde heute. Hat er ja zwei Tage lang kein Internet. Dreckelender. Alter, hör auf da rumzuschummeln, Mann. Wir haben die Führung übernommen. Na, komm. Huh, jetzt hatte ich Glück, Leute. Jetzt hatte ich Glück. Nein, 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 nein. Oh, ja. War so klar. Verdammte Angst. Wie viele momentan wieder DSR spielen, finde ich irgendwie krass. Ich glaube, ich muss die auch mal wieder ausprobieren. Alter, da an der Ecke sitzt er. Ich glaub's doch nicht. Was ist denn mit euch kaputt, Leute? Campt doch nicht so. Das ist sowieso in Black Ops 2 extrem aufgefallen. Und zwar, die Leute haben echt das Campen perfektioniert. Also, was die Leute mittlerweile campen, ist schon echt crazy. Und vor allen Dingen, wo die campen. ist schon hart. Ja, was sind sie denn hin? So, also, wird gleich einer entgegengelaufen kommen. Da hat sich wieder dort in die Ecke gesetzt. Oh, mein Gott. Was für ein Spaß, ey. Jetzt treffe ich ihn nicht mal. Richtig fucking Gegner, ey. Regt mich da schon wieder auf, ey. Ich könnte am liebsten gleich wild rumschreien, ja. Oh, Mann, ey. Warum stirbt ihr, ich seh, ass ich nicht. Wieso, Mann? Fickt euch doch ins Knie. Oh, jetzt hatte ich Glück, Alter. Nein! Zum Glück kann dieser Typ nicht aimen, ey. Drohne steht bereit. Konter Drohne in Bereitschaft. Was? Scheiße, ey. Konter Drohne nähert sich. Den hätte ich auf jeden Fall holen müssen. Verbündete Drohne nähert sich. Wie auch jeder so eine fuck-Konter-Drohne dabei hat. Wir haben die Kontrolle übernommen. Abschluss bestätigt. Schafft wird sie erledigt. Ach, ich habe aber auch wieder, glaube ich, die besten Teammates erwischt, die man erwischen kann, ey. Oh, Mann, ich war noch am Repetieren. Lass mich da hoch. Wir haben den Vorteil verloren. Das ist die Frage, in welche Richtung er jetzt läuft. Ah, es war einfach so klar. Was? Ja! Ey, ich... Ne, ich glaube es einfach nicht, Leute. Was ist denn heute los mit dieser scheiß Verbindung? Alter Schwede, alter Schwede. Ja, ich sehe wieder nichts dadurch. Ich hasse diese Rauchgranaten, wenn ich nichts sehe. Jetzt würde ich wie so ein blindes Huhn über die Map laufen. Mache ich zwar auch so, aber... Ist ja erstmal nebensächlich. Wir gewinnen in diesem Kampf. Was? Oh, ja. Ey, solche Sniper hasse ich. Und da wollen immer alle, dass sie nicht mehr quickscopen kann. Da liegt jeder so dämlich in der Ecke rum. Und auch diese LMG-Sniper, die regen mich am meisten auf. Ey, ich kann nichts machen hier, wenn ich allein gegen alle spiele. Ey, ich würde diesen Kampf schon gern gewinnen. Jawohl. Einigermaßen noch. Wie gesagt, war meine erste Runde. Wenigstens haben wir die Runde noch gewonnen, auch wenn es knapp war. Wenn ich so meine Teammates angucke, waren die auch nicht wirklich toll. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wie gesagt, bleibt geschmeidig. Locker vlog ich von der Hüfte bis zum nächsten Video. Euer Abgleck. Ich bin einigermaßen. Ich bin einigermaßen. Ich bin einigermaßen.